ich diene gong dem meister der formen die macht der loa ist stark hier schon mal das tier raus gelassen wenn ihr so weitermacht wird mein mann noch ganz eifersüchtig also immer weiter so das hab ich gebraucht bleibt in der nähe vielleicht nehme ich eure dienste später noch mal in anspruch in dieser form traut ihr euch unter leute